Jungs, wir spielen eben so ist Spielberg. Ich stelle Fragen und ihr müsst beantworten, richtig oder falsch. Frage Nummer eins. Welche Weinsorte wird in der Steiermark am häufigsten angebaut? Also ich trinke zwar gerne Wein, aber Ahnung habe ich keine davon. Also ich habe schon mal was von Blauburg unter gehört. Welschrischen. Frage Nummer zwei. Der berühmteste Steirer in Hollywood ist das Wolfgang Buck? Nein, Arnold Schwarzenegger. Perfekt. Was meint ein Steirer mit einem Furchenkex? Glaubt ihr, dass er damit Kartoffel, Erdäpfel meint? Also aus die Furchen aus auch quasi einen Keks holen. Das würde jetzt mal auf eine Kartoffel passen. Sehr gut. Diese Erklärung hatten wir noch gar nicht. Sensationell. Wer hat das Formel 1 Comeback Rennen 2014 gewonnen? War es Nico Rosberg? Also 2014 war er ungefähr noch mit Windeln unterwegs. Rosberg? Ich sag ja. Richtig. Topspeed Amaret Bullring. Kann es sein, dass es rund 330 kmh sind oder vielleicht sogar mehr? Was glaubt ihr? Also 330, richtig oder falsch? Schaffen sie das die Groden auf? Ich glaube auch nicht. Ich glaube falsch. 330 wäre richtig. Beim Österreich Grand Prix 2020 gab es einen Ausfallsrekord. Sechs sind ausgefallen während dem Grand Prix. Richtig oder falsch? Ich sag mal einfach höher. Sechs ist falsch. Wie heißt das Wahrzeichen von Graz? Also du bist in Österreich in die Schule gegangen? Ja. Irgendein Warum? Nein, nicht der Linz. Warum? Nein. Drei, zwei, eins. Der Grazer Urturm. Damit jetzt die alles entscheidende Frage. Schlecht. Das bekannteste Öl in der Steiermark ist? Kürbiskernöl. Kürbiskernöl. Schau in Richtung der Jury und sie sagen, you are so spielbar. Ich hab's geschafft. Ah, Kronen. 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 Danke Jungs. Danke Jungs. Danke Jungs.